Ja, hallo zurück zu Far Cry. Ich habe mal hier gerade so ein paar Fischchen eingesammelt. Die schwimmen hier nämlich hier rum. Und wenn man die einsammelt, dann kriegt man, kann man sich seine Tasche auftunen. Das habe ich auch gemacht hier bei Herstellung. Upsi, Herstellung hier. Heute Tasche kann ich 120 Sachen jetzt tragen. Das ist ganz gut. So, den neuen Turm, den ich hier ausgemarkiert habe, der ist ziemlich weit weg. Vielleicht können wir auch am Fluss lang fliegen. Mal gucken. Wir sind ja hier unten und ich will ja da oben hängen. Kann ich mir auch irgendwo hinbeamen? Ne, da wollen wir hin. Na komm, da fliegen wir kurz hin. Das müsste ja wohl irgendwie gehen. Außerdem kann man hier schön gucken, wenn man nicht abstürzt. Ich könnte mal probieren. Ne, die Richtung stimmt. Also, ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Sieht schon cool aus. Sieht schon cool aus. Untertitelung des ZDF, 2020 So, 700, wo ist er denn? Muss man eigentlich schon sehen kann, oder? Ist er das da schon? Ah, da hinten Wow Kleiner Buddha Oder Okay, mal runter Oh, bewacht, shit Und Abflug Abbauen Wo sind sie? Da kommen sie Oh, das war es schon? Nee Okidoki, so Hier kommen wir rein Hier nicht Hier raufklettern, okay Muss man da vielleicht runter, weil es spannend Vielleicht Moni Ansonsten nicht so spannend, ne? Okay, also wieder rauf Wo kommt man raufklettern? Ja, okay Ist hier Oh Also raufklettern, reinfallen Oder was Ich weiß aber gar nicht, ob sich das jetzt lohnt Ein bisschen Ammo Ja, komm Und raufklettern, okay Okay Gut Seine Pläne für die Zukunft des Landes werden ihm für die folgenden Generationen einen Platz an der Sonne sichern. Der goldene Pfad dagegen will all seine großartigen Leinungen wieder zur Dichte machen. Ja, der böse goldene Pfad. Und setzen sie dem goldenen Pfad ein Ende. Für gepargeteilt sind alle an euch. Hier weiter rauf. Na, wo ist es? Hm? Und jetzt? So, jetzt sind wir hier. Und nun? Ähm... Das war nicht so gut. Aua, 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 aua. Hm, das muss man ein bisschen besser überlegen. Das war dumm. Nun ja. Oh, die muss ich jetzt nochmal machen, die Kollegas. Na gut. Hallo! Ja. Oh. 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 Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Mist. Okay. Also auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Alter Porno. Ich brauch keinen alten Porno. So. Wir gehen hier rauf. Wir gehen hier rein. Ernst für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Die Patrouillen der Royal Army, die in ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit von Ganskiracat gewähren, sie in jeder Zeit Vorfahrt. Und vermeiden die plötzliche Bewegung im Bessich in den Alliast. Befehl der Royal Army ist unter allen Umständen folgend zu sein. Befehlsverweigerung kann ernste Konsequenz nach sich ziehen. Für Gefahrgabend pflichtig, sie alle erneuern. Muss man klettern? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums... Sira, doch aber, oder? Diese Botschaft geht an alle Mitglieder des Goldenen Vaters. Warum nennen Sie euren aussichtslosen Kampf aus? Merkt hier nicht, dass eure Verblindung Leben kostet. Das Töten kann aufhören werden. Ihr müsst euch nur ergeben. Stellt eure Angriffe ein und... Jetzt machen wir es mal aus. Bam. Ups. Okay, Nummer 9 auch fertig. Okay. Eine Höhle. So, Kiste. Ne, Midi-Pack, ne? Okay. Weltkarte. Schauen wir gerne mal an. Boah, Wahnsinn, okay, da oben geht's noch weiter. Oh, hier ist ja jede Menge noch. Aber gut. So, noch irgendein Kästchen oder sowas. Ja, hier ist irgendwo noch ne... Truhe muss hier noch sein. Aber wahrscheinlich das, was ich unten liegen gelassen hab. Das ist doch erstmal okay. Kann ich mich irgendwie abseilen? Ja. Nein, nicht abstürzen, abseilen. Aber hier auch, ne? Das müsste auch gehen, oder? Hallo, hallo? Blö, nicht so. Oder hier? Direkt so? Auch nicht. Jetzt müssen wir ja extra da hochklettern, damit ich mich hier... Na gut. Okay, so. Und jetzt aber mal schön abseilen. Alter, das war fast schon wieder. Die sind okay, ne? So, wo ist mein Heli? Natürlich auf der anderen Seite. Hup. Äh, wo denn? Ui! Ah, hier ist auch mein crazy Heli. Ja. Achso, ähm... Tschüss. Nichts zu danken. Da ist auch der Heli. Gut. Wow, ist der ganz drüben, oder was? Wetter, wir brauchen wir fliegen. Es geht gar nicht mit dem Ding, oder? Ja. Was sagt denn die Karte? Tja, die Karte sagt, dass ich vielleicht mal da rumfliegen sollte. Oh. Ich drehe irgendwie fälliges Gebiet voraus. Kann ich nicht rüberfliegen? Oh. Ich kann natürlich auch erst mal, ähm, hier in den Wegpunkt setzen. Ist ja dann der Turm da, ne? Oder? Oder? Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, ich glaube, der Heli ist mal gut im Arsch. Ich habe mir auch wehgetan. So. Alter, wie dumm, sehr dumm, nun ja, okay, wo bin ich? Wow, okay, ich muss da ganz hinten hin, shitty shit, wo ist mein Heli, ich habe nur Auto, oder was, sagt die Karte, die Karte sagt, Heli ist da, welche Richtung ist das da, okay, aber es macht so viel Laune, mit dem Gyrocopter zu fliegen, deswegen ist es gar nicht so schlimm, so, schnell wegfliegen, trotzdem nochmal auf der Karte markieren, wir fliegen halt dann zu, äh, wo ist er jetzt, äh, zu dem Ding da hin, das war auch die Hölle, und dann, also, ich habe auch die Hölle, die Hölle, die Hölle, die Hölle, die Hölle, von der Karte herköste, die Hölle, die Hölle, die Hölle, die Hölle, die Hölle, die Hölle, Oh komm Okay, hier bleiben wir Hier gehe ich mal runter Okay Kurz mal speichern Oh, diesmal keiner da Doch, da sind sie Geil Ach man, ich bin so ein Idiot, ey So ein Idiot Okay, Achtung, Adler greift an Hat mich natürlich total aus dem Konzept gebracht Adler greift an, oh mein Gott Ah, der ist shit schon wieder Mist Okay, ich lauf rüber Müsste ja irgendwie gehen Soviel zum Theorie Shit Da rauf Okay, Lasermann Nicht getroffen Schnaps gesoffen So, komm ich da irgendwie rauf Nö Muss echt da hochkraxeln, ne Da war ja dieser Kletter Das Kletterding Aber Damit komme ich wohl kaum rüber Oh, das ist doch ein Weg Der würde doch jetzt hier erstmal hochgehen Und dann hänge ich hier erstmal, ne Okay Ist natürlich blöd Schnipp Da, an den Haken komme ich hier ran, oder? Nö Hier gibt's keinen Okay Da ist ein Seil gespannt Okay Aber wie komme ich an die Haken ran? Da nicht Da ist noch ein Haken Nö Ist nicht Kann ich auch nicht irgendwie raufklettern Oder? Nö Okay Erstmal durch den See vielleicht Komm Komm, hau nicht rauf Da ist aber eine Brücke rüber Ah, hier Auch nicht Mann Schon viel Kräuter eingesammelt Ist auch nicht schlecht Achtung, Adler Ja, ist ja gut Wenn ihr hier raufkommt Dann müsst ihr hier irgendwo lang gehen Leute Autschie, Autschie, Autschie So Jetzt kann ich doch hier irgendwo bestimmt hochklettern Das kann nicht sein Das kann ich auch nicht raufklettern Alles klar Alles klar Endlich Mann Bisschen too much Und jetzt Jetzt muss ich mir hier irgendwie rumschwingen Oder was Das kann ich auch nicht raufklettern Äh, Cliffhanger? Wie soll denn das gehen? Ach so, okay, verstehe. Mann, endlich geschafft. So. Das ist mir wahrscheinlich irgendwo, wo ich eben schon war. Weil ich jetzt total kompliziert hochgeklettert bin. Ja. Ja, ich muss natürlich nicht so weit klettern. Komm. Das hätte man doch fangen können Scheiße So, kann ich hier hochklettern? Ah ne, ne, jetzt lassen wir hier auch nicht mal den Haken kriegen Komm her, den aber Ah, erstmal den Vielleicht ist das wirklich viel sicherer Ich muss wahrscheinlich echt hier rüber, ne? Komm Muss ich da echt greifen, greifen, oder was? Ah, Leute Ich kletter da jetzt mal hoch und wenn ich da bin, fange ich die nächste Session an Okay, bis dennne, ciao